Fliegen sind wortwörtlich überall, wo wir hingehen. Es wird vermutet, dass sie ursprünglich aus Asien stammen, aber heutzutage leben sie überall, wo Menschen sind, abgesehen von der Antarktis und vielleicht ein paar Inseln. Fliegen sind Menschen über die Meere gefolgt, aber gehen nie allein irgendwo hin. In der Wildnis und Wüsten, in denen es keine Menschen gibt, findet man auch keine Fliegen. Wir kennen sie gut, aber eine Frage stellt sich dennoch. Warum reiben sie ihre Beine aneinander? Wie sich herausstellt, machen sie sich so sauber. So einfach ist das. Eine Fliege ist am ganzen Körper behaart. Die Haare an ihren Beinen dienen als Sensoren beim Fliegen, bei der Futtersuche und bei allen anderen Angelegenheiten, denen Fliegen so folgen. Daher müssen sie immer sauber sein. Ihre Beine sind sensibel und dienen mehr als einem Zweck. Scheinbar haben ihre Füße Geschmacksrezeptoren, also können Fliegen damit auch schmecken. Sie können auf potenziellen Mahlzeiten landen, herumwandern und sie so probieren, bevor sie anfangen zu fressen. Fliegen können nicht kauen, also können sie ihr Essen nur trinken. Wenn ihre nächste Mahlzeit fest ist, haben sie ein spezielles Ritual, um es trinkbar zu machen. Die Fliege spuckt Verdauungssäfte auf ihr Essen und diese zersetzen es in kleinere Stücke, die sie trinken kann. Außerdem schafft das Ausspucken der Verdauungssäfte Platz in ihrem Magen. Fliegen sitzen oft auf unserem Essen. Sie mögen harmlos erscheinen, aber das stimmt nicht. Denkt erstens daran, dass sie diese Säfte auf euer Essen spucken, was schon ekelhaft genug ist. Aber das ist noch nicht alles. Denkt auch daran, dass Fliegen überall landen und das sind nicht immer Blumen, sondern auch anderes ekeliges Zeug. Und mit ekligem Zeug meine ich verrottetes Essen, Müllcontainer und Schlimmeres. Also sammeln sich an ihren Füßen all die Bakterien und Mikroben dieser Orte. Wenn eine Fliege auf eurem Essen landet, verteilt sie diese Bakterien darauf. Manche von ihnen können sogar Krankheiten wie Cholera und Typhos hervorrufen. Das Prinzip wurde sogar in einem Experiment bewiesen. Es gab zwei Schüsseln, eine mit einem roten Gewürzpulver und eine mit weißem Reis. Dann ließ man Fliegen in den Raum, die zwischen der Gewürzschüssel und der Reisschüssel hin und her flogen. Bald war der Reis mit rotem Gewürz bedeckt. Jetzt ersetzt harmloses Gewürzpulver mit etwas widerlicherem und den Reis mit eurem Abendessen. Also solltet ihr euer Essen immer abdecken, um sicher zu gehen, dass keine Fliegen darauf herumspazieren und überall hinspucken. Wenn ihr esst, solltet ihr sie immer vertreiben. Aber keine Sorge, wenn eine Fliege eine Sekunde lang auf eurem Sandwich sitzt, bevor ihr sie verscheucht. Ihr müsst es nicht gleich wegwerfen. Wenn ihr schnell wart, seid ihr sicher. Experten sagen außerdem, dass das durchschnittliche menschliche Immunsystem stark genug ist, Parasiten abzuwehren. Obwohl Fliegen ekelig und nervig sind, um uns herumfliegen und uns mit ihren Beinen kitzeln, tun sie auch etwas Gutes. Sie sind dafür zuständig, Blumen zu bestäuben. Sie sammeln Nektar, der an ihren Haaren kleben bleibt und bestäuben so die nächste Blume, auf der sie landen. Wenn es Fliegen nicht gäbe, wäre unser Planet außerdem viel dreckiger. Fliegen recyceln einen Teil menschlicher Abfälle. Sie sind zudem ein wichtiger Teil unserer Ökosysteme, da sie Futter für Vögel, Spinnen, Echsen, Frösche und andere Tiere sind. Ohne Fliegen würden alle diese Tierarten aussterben. Neben der Superkraft, mit ihren Füßen schmecken zu können, gibt es noch weitere interessante Fakten über Fliegen. Sie können sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen Oberflächen und sogar kopfüber laufen. Der Grund dafür sind zwei Haarflächen an ihren Füßen, die eine klebeähnliche Substanz produzieren, die ihnen Haftung verleiht. Fliegen haben einzigartige Facettenaugen, die jeweils aus 3000 bis 6000 einfacheren Augen bestehen. Die Augen einer Fliege bewegen sich nicht, aber sie haben trotzdem fast eine 360-Grad-Sicht. Sie können sogar hinter sich sehen. Wo auch immer ihr also seid, eine Fliege sieht euch und jede andere Gefahr innerhalb eines oder mehrerer ihrer Einzelaugen. Neben den zwei Facettenaugen haben Fliegen auch drei einfache Augen auf ihrer Stirn, die als Kompass dienen und der Fliege bei der Navigation helfen. Fliegen haben auch eine beeindruckende Reaktionszeit. Habt ihr euch je gefragt, warum sie so schwer zu erwischen sind? Nun ja, für Fliegen sind wir Faultiere. Im Vergleich zu uns sehen sie alles in Zeitlupe. Verschiedene Arten haben unterschiedliche Zeitwahrnehmungen. Die Geschwindigkeit, in der wir sehen, ist nur halb so schnell wie bei einer Schildkröte. Eine Fliege sieht viermal schneller als wir. Schaut euch ein Video in der Geschwindigkeit 0,25 an und stellt euch vor, jemand würde sich euch so nähern. Das ist, wie Fliegen uns sehen. Also ja, sie haben genug Zeit zum Fliehen. Eine Fliege hat nur ein Paar Flügel. Aber zudem haben sie sogenannte Halterinnen, mit denen sie schnell abheben können. Vor Millionen von Jahren dienten sie als zweites Flügelpaar. Heute helfen sie ihnen abzuheben und das Gleichgewicht zu halten. Wenn eine Fliege eine Haltere verliert, fängt sie an, in Kreisen zu fliegen. Und wenn sie beide verliert, kann sie gar nicht mehr fliegen. Obwohl ihre Flügel bis zu 1000 Mal pro Minute schlagen, sind sie sehr langsam. Ihre Maximalgeschwindigkeit beträgt gut 7 Kilometer pro Stunde. Wenn eine Fliege in einer Stadt lebt und von genug Menschen und Müll umgeben ist, fliegt sie nie weit weg. Ihr Territorium ist dann nur etwa 1000 Quadratmeter groß. Ländliche Fliegen sind erkundungsfreudiger. Sie können bis zu 11 Kilometer weit wegfliegen. Eine Fliege lebt nicht lang. Ihre Lebenszeit beträgt etwa 30 Tage. Aber in dieser Zeit legen sie durchschnittlich 500 bis 800 Eier. Natürlich nicht 1000 auf einmal. Sie legen mehrere Male in ihrem Leben etwa 75 bis 100 Eier auf einmal ab. Die Larven schlüpfen innerhalb von 24 Stunden und brauchen eine Woche, bis sie zu einer ausgewachsenen Fliege werden. Und dann beginnt das Ganze von Neuem. In kälteren Gebieten kann dieser Prozess doppelt so lange dauern. Die Holzfliege ist die größte Fliege der Welt. Sie lebt in Mittel- und Südamerika und wird bis zu 8 Zentimeter groß. Fliegen haben auch Betten, also einen Lieblingsort zum Ausruhen und Schlafen. Sie finden gemütliche Stellen irgendwo nah bei einer Nahrungsquelle, an denen sie sich nachts ausruhen. Wenn euer Haus jemals voller Fliegen sein sollte, sind hier ein paar Tipps. Zuerst ist es wichtig zu wissen, wovon sie sich angezogen fühlen, nämlich von anderen Fliegen, sogar von deren Geruch. Und Fliegen haben einen hervorragenden Geruchssinn. Selbst wenn ihr nur eine Fliege im Haus habt, solltet ihr mehr Gäste erwarten. Wenn ihr Spuren von Fliegen im Haus habt, zum Beispiel Fliegenkot, werden sie euch finden. Putzt eure Wände und Oberflächen gut. Außerdem lieben Fliegen Abfall und Essensreste. In verrottetem Essen und Fleisch legen sie nämlich ihre Eier ab. Stellt also sicher, euer Essen immer im Kühlschrank aufzubewahren, es abzudecken und den Müll in festverschlossenen Behältern aufzubewahren. Bringt ihn natürlich auch regelmäßig raus. Fliegen sind Schleckermäulchen oder eher Füßchen, weil sie mit ihren Füßen schmecken. Und sie lieben Sirups und süße Flüssigkeiten. Zudem mögen sie Limonaden und Essig. Haltet diese also verschlossen und wischt Verschüttetes sofort auf. Zu guter Letzt leben Fliegen gerne in dreckigen, feuchten Abflüssen. Sie essen die Bakterien darin. Haltet eure Abflüsse also sauber und repariert Lecks sofort. Es hilft auch alle Risse in euren Böden, Decken und Wänden abzudichten, falls ihr welche habt. Denn Risse sind einer ihrer Wege ins Haus. Es ist einer der faszinierendsten Orte auf der Welt. In komplette Dunkelheit gehüllt, kilometer tief unter dem Wasser. Und doch gibt es hier einige sehr ungewöhnliche Lebewesen und Phänomene. Die Rede ist vom Marianengraben, der Tiefseerinne unseres Planeten. Kein Wunder, dass er so schwer zu erforschen ist. Wegen der gefährlichen Bedingungen benötigen wir Spezialausrüstung, um uns in diese Tiefen zu begeben. Aber was würde eigentlich passieren, wenn wir eine Stahlkugel hineinwerfen würden? Beginnen wir mit ein paar Grundlagen. Wie wurde diese riesige Kluft im Ozean überhaupt entdeckt? Die HMS Challenger spürte sie im Jahr 1875 auf. Das Schiff hatte sehr fortschrittliche Ausrüstung für diese Zeit dabei. Natürlich war sie längst nicht gut genug, um den gesamten Graben zu erforschen. Einige Jahrzehnte später, 1951, kehrte ein anderes Schiff, die HMS Challenger 2, besser ausgerüstet an den Ort zurück. Mit Hilfe von Sonar konnte es den offenbar tiefsten Punkt der Erde vollständig vermessen. Der Graben ist 2400 Kilometer lang und im Schnitt 70 Kilometer breit. Auf einer Karte sieht er wie eine halbmondförmige Narbe aus. Soweit nichts allzu Außergewöhnliches, nicht wahr? Würdest du nun einen Draht von der Oberfläche bis an den tiefsten Punkt der Rinne spannen wollen, müsste er sagenhafte 11 Kilometer lang sein. Könnte man den Mount Everest anheben, also den höchsten Berg der Erde, und in den Mariannengraben stecken, würde er nicht ausreichen, um ihn zu füllen. Es fehlten noch ganze 1,6 Kilometer. Da der Mariannengraben so tief ist, liegt er komplett im Dunkeln. Das Licht erreicht derart extreme Tiefen im Meer nicht. Die Temperatur ist auch nicht gerade angenehm. Lediglich ein paar Grad über Null. Doch die gefährlichste Bedingung ist der immense Wasserdruck. Am tiefsten Punkt des Grabens ist der Druck etwa 1000 Mal so hoch wie der atmosphärische Druck bei normal Null. Bisher haben nicht viele Menschen versucht, in den Mariannengraben fortzustoßen. Die erste Mission startete vor über 60 Jahren. Jacques Piccard und Don Walsh tauchten in einem Tauchboot ab. Der Abstieg dauerte ganze 5 Stunden. Unten verweilten sie dann gerade mal 20 Minuten. Allerdings konnten sie keine Fotos machen. Bis zu dieser Expedition waren die Spezialisten sich hinreichend sicher, dass dort unten wegen der gegebenen Bedingungen, vor allem wegen des immensen Drucks, kein Leben existieren könnte. Die Überraschung war daher groß, als im Scheinwerferlicht des Tauchboots ein ziemlich flaches Lebewesen auftauchte. Wie du dir vorstellen kannst, ist das Nahrungsangebot dort sehr knapp. Welche Art Lebewesen sollte da denn bitte schön überleben? Und wie? Verblüffenderweise wimmelt es im Mariannengraben nur so vor Unterwassertieren. Manche von ihnen nutzen andere Chemikalien, wie Methan oder Schwefel, um zu überleben, während andere sich einfach von schwächeren Meeresbewohnern ernähren. Vorrangig findet man dort Xenophyophoren, Flohkrebse und kleine Seegurken. Manche haben sich durch einen Panzer aus Aluminium, das sie aus dem Meerwasser gewinnen, an die Bedingungen angepasst. Andere kleine Lebewesen, wie Mikroben, haben sich darauf spezialisiert, sich von Chemikalien, die frei werden, wenn das Meerwasser auf Gestein trifft, zu ernähren. Der Pseudoliparis gilt als der Rockstar unter den Bewohnern des Mariannengrabens. Sie sind nur klein, etwa 8 bis 23 Zentimeter lang, durchsichtig und haben keinerlei Schuppen, sind aber die erfolgreichsten Raubfische weit und breit. Es ist kaum verwunderlich, dass manche Menschen sich vorstellen, der Megalodon könnte noch heute dort unten hausen. Weißt du nicht, was ein Megalodon ist? Nun, er war der größte, uns bekannte Raubfisch der gesamten Erdgeschichte und der größte und unheimlichste Hai aller Zeiten. Wissenschaftler glauben, dass er vor sehr langer Zeit ausgestorben ist und die Idee, er würde noch im Mariannengraben lauern, entbehrt jeder Grundlage. Zunächst hätte er lernen müssen, in totaler Finsternis zu navigieren. Er hätte entweder Biolumineszenz oder verdammt große Augen entwickeln müssen. Außerdem braucht ein Hai in der Größe eines Schulbusses verdammt viel Nahrung. Mikroorganismen und kleine Fische reichen da nicht. Kommen wir zurück zu unserer Stahlkugel. Was passiert, wenn wir sie im Mariannengraben versenken? Wird sie dem Druck standhalten? Antworten liefert die Wissenschaft. Wir gehen von einer Vollkugel aus. In dem Fall reichte der Druck am Grund nicht aus, um sie nachhaltig zu verformen. Die Kugel bräuchte etwa 12 Minuten, bis sie den Grund erreicht. Und die Temperatur? Die Differenz von der Oberfläche zum Grund des Grabens beträgt unglaubliche 30 Grad. Die Kugel würde infolgedessen ein wenig schrumpfen. Zurück an der Oberfläche dehnte sie sich jedoch einfach wieder aus. Sollte die Kugel allerdings unten hängen bleiben, wird ein anderer Aspekt interessant. Würde die Kugel korrodieren? Die Korrosion von Stahl ist stark von der Sauerstoffmenge im Wasser abhängig. Ab einer Tiefe von 5 Kilometern bleibt der Sauerstoffgehalt in der Tiefsee konstant. Ich erspare dir die Mathematik. Jedenfalls würde es über 10.000 Jahre dauern, bis die Kugel unter diesen Bedingungen komplett verrostet wäre. Nun frage ich mich aber, was für uns Menschen von Nöten wäre, um in diesen Tiefen zu überleben. Schauen wir uns einmal an, was bei vergangenen Expeditionen an diesen geheimnisvollen Ort zum Einsatz kam. Syntaktischer Schaum. Warum? Es ist das einzige Material, das zugleich schwimmt und dem extremen Druck standhalten kann. Ohne diese Art von Schutz würden unsere Lungen im Handumdrehen kollabieren. Der Druck würde zudem Flüssigkeit in unserem Mund pressen und den so dringend benötigten Sauerstoff durch Wasser ersetzen. Und schließlich müssen wir wieder an die Oberfläche zurückkehren. Ein Tiefseetauchboot, das dort eingesetzt wurde, hatte 450 Kilo Stahlgewichte an Bord, um das Sinken zu ermöglichen. Die Gewichte waren mit einem speziellen Draht befestigt, der innerhalb von nur 11 bis 13 Stunden im Meerwasser vollständig korrodierte. Sollte etwas schief gehen, würde das Tauchboot auf diese Weise schneller auftauchen. Aufgrund der extremen Bedingungen ist die Sauerstoffversorgung äußerst relevant. Ein Tauchboot, das in den Mariannengraben abtauchen soll, sollte möglichst ein System zur Aufbereitung der Luft an Bord haben, um zu vermeiden, Unmengen Sauerstoff mitnehmen zu müssen. Und schließlich wäre da noch die Frage der Elektrizität. Da unten gibt es nämlich nirgends Steckdosen, um mal eben das Handy aufladen zu können. Ein ausreichend proportionierter Akku für alle wichtigen Geräte wie Kommunikation, Sauerstoffversorgung, Beleuchtung und so weiter muss also auch mit. All diese Punkte scheinen heute keine ernsten Herausforderungen mehr darzustellen. Man kann inzwischen sogar eine Reise in den Mariannengraben buchen. Drei glückliche Abenteurer nahmen 2020 an einem solchen Ausflug teil. Sie tauchten in einer 9 cm dicken Titankugel, die sie vor dem enormen Druck gut schützten, ab. Jeder Gast bekam seine ganz individuelle Rundfahrt. Sie dauerte etwa 14 Stunden. Der Abstieg selbst nahm vier Stunden in Anspruch. Am Grund durften sie dann einen Blick auf die außergewöhnlichsten Kreaturen unseres Planeten werfen. Und schließlich mussten sie die vierstündige Rückreise an die Oberfläche antreten. Happy Birthday, liebe Sarah. Du bist mit Freunden und Familie zusammen. Die Torte ist einfach perfekt und Geschenke gibt es auch noch. Dein Freund überreicht dir eine hübsche Schachtel. Bitte lass es Make-up sein, denkst du dir, und reiß sie auf. Aber du findest einen bunten Würfel. Warte mal, ist das ein Zauberwürfel? Der sieht aber komisch aus. Du bist echt sauer auf deinen Freund. Hätte es nicht ein Halstuch, Schmuck oder wenigstens eine Schachtel Pralinen sein können? Ein Zauberwürfel? Im Ernst? Dein Liebling bemerkt deine Enttäuschung gar nicht und erklärt dir, dass es ein 1x1 Zauberwürfel ist. Das Lustige daran ist, dass er immer im gelösten Zustand ist. Das klingt ganz schön langweilig, aber unter Zauberwürfelfans gilt er als die am schwersten zu lösende Variante. Als alle Gäste gegangen sind, siehst du dir nochmal deine Geschenke an. Du hast den Würfel beiseite gelegt, doch dann fällt er dir vor die Füße. Na gut, denkst du dir, dann informierst du dich halt ein wenig über dieses Ding. Du findest heraus, dass du so einen Würfel aus einer Ecke eines 3x3 Zauberwürfels selbst basteln oder einfach im Laden kaufen kannst. Manch einer sagt, das wäre der erste Schritt zur Lösung des Würfels, der zweite Schritt ist, ihn nach Hause zu bringen und schon ist der 1x1 Zauberwürfel gelöst. Aber sollte es wirklich so einfach sein? Der 1x1 oder 1x1x1 Zauberwürfel wurde Anfang des 19. Jahrhunderts vor dem Originalzauberwürfel erfunden. Dem Erfinder wird sogar unterstellt, er hätte die Idee von dem 3x3 Würfel geklaut, aber das streitet er ab. Das Geduldsspiel hat 6 Seiten mit verschiedenen Farben und einen zu seiner Zeit einzigartigen Mechanismus. Du kannst ihn nicht durch Drehen lösen, du musst das gesamte Ding rotieren. Du inspizierst das Subjekt skeptisch. Kann man ihn überhaupt verdrehen? Sieht ziemlich unmöglich aus. Und wenn er immer aussieht, als wäre er schon gelöst, heißt das, du kannst ihn gar nicht lösen? Viele Zauberwürfel-Fans behaupten das. Der aktuelle, inoffizielle Weltrekord liegt bei 8 Minuten und 59 Sekunden. Der Rekord für das Lösen des 3x3 Zauberwürfels liegt bei 3,47 Sekunden. Ein weiterer Beweis, dass der 1x1 nicht ohne ist. Du suchst nach einem Algorithmus und versuchst dein Glück. Hier siehst du die 1x1 Zauberwürfelsprache. Jetzt musst du nur noch üben, den Würfel zu drehen. Du musst dazu mit einer Hand loslassen und ihn zwischen Daumen und Zeigefinger rotieren. Das ist nicht leicht, wenn du noch Anfänger bist, aber es wird mit der Zeit. Hast du ihn gedreht, greifst du mit der zweiten Hand wieder zu. Genug geübt. Jetzt bist du bereit für den Algorithmus. Und so geht's. Drehe die Oberseite nach hinten. Drehe die rechte Seite nach vorne und zwar zweimal. Drehe die Vorderseite im Uhrzeigersinn. Drehe die Vorderseite gegen den Uhrzeigersinn. Du machst das großartig. Weiter so. Drehe die Oberseite nach hinten. Du drehst dabei den ganzen Würfel. Drehe die rechte Seite nach vorne. Drehe die linke Seite nach vorne. Perfekt. Jetzt musst du die rechte Seite dreimal nach vorne drehen. Rotiere das ganze Geduldspiel, indem du die Oberseite nach hinten drehst. Drehe die Vorderseite im Uhrzeigersinn. Drehe die rechte Seite nach vorne. Rotiere den ganzen Würfel, indem du die Oberseite nach hinten drehst. Drehe die linke Seite nach vorne. Fast geschafft. Drehe die Vorderseite im Uhrzeigersinn. Drehe die Vorderseite gegen den Uhrzeigersinn. Du findest, dass du jetzt ein wahrer Profi bist und suchst dir einen anderen Algorithmus, der mehr Kreativität erfordert. Der erste Schritt ist, alle Aufkleber von deinem 1x1-Zauberwürfel abzuziehen. Dann malst du die leeren Seiten mit einer Farbe deiner Wahl an. Das Internet empfiehlt Ölfarben, obwohl die recht lange brauchen, um zu trocknen. Der dritte Schritt ist, dein Ergebnis auf Social Media zu teilen. Okay, das war witzig. Aber für heute hattest du genug. Zeit fürs Bettchen. Du schläfst direkt ein und findest dich im Zauberwürfelland wieder. Du kommst nur raus, wenn du all die verschiedenen Zauberwürfel löst. Der erste, den du triffst, ist ein Sudoku-Würfel. Der ist eine echte Herausforderung. Er hat sechs Seiten mit jeweils neun Zahlen. Insgesamt sind es also 54 Zahlen. Und zwar sechsmal die Zahlen von 1 bis 9. Ziel ist es, jede Seite so zu gestalten, dass alle Zahlen von 1 bis 9 drauf sind. Reihenfolge egal. Was bei einem Sudoku-Würfel funktioniert, bringt bei einem anderen vielleicht gar nichts. Du kannst ihn nicht lösen und brauchst ein paar Tipps. Der Würfel erklärt dir, dass das Geheimnis ist, Zauberwürfel und Sudoku-Techniken zu kombinieren. Es soll wohl auch helfen, ein 2D-Modell mit allen Zahlen auf ein Blatt Papier zu malen. So kannst du leichter die Anordnung aller Zahlen erfassen. Die Zahlen in der Mitte jeder 3x3-Seite lassen sich nicht bewegen. Du musst die Schichten drehen, um die Zahlen in den Ecken richtig zu positionieren. Die Zahl in der Mitte hilft dir dabei. Der Rest ergibt sich quasi von selbst. Ein paar hundert Drehungen später hast du das Ding geschafft. Der Sudoku-Würfel lässt dich passieren. Als nächstes kommt der Pentamix. Dieses Monster ist der vermutlich schwerste Zauberwürfel der Welt. Er besteht aus 975 Einzelteilen und mehr als 1200 Aufklebern. Ihn zu bauen hat 75 Stunden gedauert. Die Lösung wird vermutlich länger dauern. Du läufst daher lieber vor ihm davon. Doch du prallst mit dir selbst zusammen. Ach, das ist ein Spiegelzauberwürfel. Er hat keine farbigen Aufkleber, sondern besteht aus Teilen verschiedener Größe und Form. Man löst ihn genauso wie einen normalen 3x3-Zauberwürfel. Du musst also in deinen Erinnerungen kramen. Du legst los und zwei Stunden später ist der Würfel so von dir gelangweilt, dass er dich einfach vorbeilässt. Jetzt kommt etwas völlig anderes auf dich zu. Der Master Morphix ist dreieckig. Es gibt ihn einfarbig oder mit vier Farben. Er besteht aus drei dreieckigen Seiten mit je einem Mittelteil. Die Mittelteile kann man um 180 Grad drehen. Diese Variante verwirrt dich so richtig, aber er erklärt dir, dass es noch viel schlimmer sein könnte. Denn je mehr Teile er hat, desto schwieriger wird er. Als nächstes erwartet dich ein ganz einfacher 3x3-Zauberwürfel. Sollte es wirklich so einfach sein? Du schnappst ihn dir und beginnst ihn zu lösen. Ach, was ist denn das? Er verwandelt sich plötzlich in einen Stern. Dieser Zauberwürfel hat flexible Seiten und viele verbogene Schichten. Für den brauchst du dein Hirn nicht anzustrengen oder Algorithmen zu entwickeln. Sei einfach kreativ und verwandle ihn in verschiedene geometrische Formen. Wow, was für eine Farbe. Ein Stern, zwei Sterne, ein Viereck oder zwei? Du kannst die Teile zusammenfügen oder auseinandernehmen, wie du willst. Du steigerst dich immer mehr rein und vergisst alles um dich herum. Und dann hörst du auf einmal ein bekanntes Geräusch. Dein Wecker. Du bist entkommen, aber irgendwie vermisst du die Zauberwürfel jetzt auch. Du suchst im Internet die ungewöhnlichsten Zauberwürfel. Zehn Minuten später erhältst du deine Bestellbestätigung für elf neue Geduldsspiele. Was als schlechtes Geburtstagsgeschenk begann, ist zu deinem neuen Lieblingshobby geworden. Wer hätt's gedacht? A beam of electric line pierces the darkness over the calm waters of the Atlantic Ocean. The Titanic is quietly making its way through the waves, its passengers asleep. When suddenly a monstrous white shape is caught in the light beam, the fateful iceberg is about to rend the side of the legendary ship. Nur zwei Tage bevor jemand ein Foto des riesigen Eisbergs mit der ungewöhnlichen elliptischen Form machen wird. Wie sich herausstellt, bestand dieser Eisberg vermutlich aus Schnee, der vor 100.000 Jahren fiel. Forscher nutzten Computermodelle, um seine Herkunft zu bestimmen. Sie nutzten Daten aus dem Jahr 1912 und fügten neue Informationen über den Wind und die Meeresströmung hinzu. Sie fanden heraus, dass der Eisberg vermutlich zu einer kleinen Gletschergruppe im Südosten Grönlands gehörte. These days, it's possible to calculate the roots of such icebergs in any given year in the past. So, the infamous chunk of ice was on its way from Greenland to an area further south from Cornwall. If the ship had passed through that region only two days later, the iceberg would have moved far away from the point where they met. At first, the weight of the most well-known iceberg in the world was 75 million tons. With time, it started to slowly melt away. And when it sank the Titanic, its weight was only 1.5 million tons. By the time of the collision, it had probably been melting for months. But it was still a true monster. When the Titanic sank, the iceberg was 400 feet long. And more than 100 feet of its surface was above the water. Some people believe it was a supermoon that caused the Titanic to sink. That night, there was a rare lunar event. It hadn't happened for 1,400 years. In normal conditions, the iceberg wouldn't have traveled so far south without melting and losing the largest part of its mass. But the supermoon could have been the reason for an unusually high tide that pulled the iceberg away from the glacier way faster than usual. There's a specific type of bacteria that slowly consumes the remains of the Titanic. Salt corrosion, ocean currents, freezing temperatures, plus this rust-eating microorganism, might consume the entire wreckage. American actress Dorothy Gibson was aboard the Titanic. She survived, and when she arrived in New York, she started filming a movie called Saved from the Titanic almost right away. The movie was released only a month after the Titanic sank. And in the movie, she even wore the same shoes and clothes she had during the actual disaster. The movie was a big success at that time, but the only known copy was destroyed in a fire. 14 years before the Titanic sank, a novella called Futility had been published, and it seemed to have predicted the whole event. The plot centered around a fictional ship called the Titan that sank during its voyage. The Titan was almost the same size as Titanic, and they both went to the bottom in April. The reason was hitting an iceberg, too. Both the real and fictional ships were described as unsinkable, and both of them had the legally required number of lifeboats, which, as it turned out later, were nowhere near enough. We've seen it in the movie, but there were some real-life love stories happening on the Titanic, too. Thirteen couples even took a trip on the Titanic as part of their honeymoon. One of the couples owned Macy's department store in New York. Once it became clear the Titanic was rapidly sinking, the woman refused to go into a lifeboat without her husband. But he didn't want to join her while there were still women and children who he thought had to go first. Then his wife gave her coat to her maid. She insisted that the maid should get into the lifeboat, and she wanted her to be warm. As for the woman herself, she decided to stay with her husband till the end. Some people believe, Titanic sank because of a money, not an iceberg. It all started around 1000 BCE with a mysterious woman who lived in Egypt, in the city of Thebes. People knew little about her, but they called her a priestess. Her mummy was put in a wooden sarcophagus and covered with a large lid with the image of her face and some mystical inscriptions. This place had been hidden until the first half of the 19th century, when a group of locals accidentally came across it. They disturbed her peace. No one knows how, but the mummy disappeared that day without a trace. A couple of decades later, a group of rich friends from England traveled to Egypt and found the empty mummy casket with the image of the priestess, whose dark eyes seemed to be looking into the void. They decided to buy it, but the buyer disappeared the same night before he even got the case. All members of the group had some accidents. The casket changed its location a couple of times until it, as some believe, ended up on the Titanic. It took more than 70 years for a robot submarine to find the ruins of this legendary ship. The wreck lies nearly 13,000 feet under the surface of the Atlantic Ocean, split into two halves. Why did the liner break apart? No one knows exactly. Something had happened because of the water that got inside when the ship collided with the iceberg. The pressure was so powerful, it separated two parts of the vessel, starting with the ship's bottom structure. Others say it was because of the hull rivets. They had a high concentration of slag or smelting residue, and that's something that can cause the metal to split apart. The ship generally had many flaws, starting with the design. The watertight bulkheads weren't completely sealed on top. This allowed the water to flow between the compartments and in the end sink the vessel. The iron of the ship's rivets and steel of the hull ended up ruined because of high sulfur content, cold temperatures and high speeds. The steel shattered and the rivets popped out quite easily. Because of this, Titanic sank 24 times faster than it would have otherwise. If the ship had hit the iceberg head-on instead of ramming it with its side, it would have probably stayed afloat. How come the crew members didn't have binoculars? It would have surely helped them spot the iceberg on time and maybe even avoid the disaster. But the binoculars on the Titanic were locked in a storage cabinet. Only one crew member had the key, and he had been transferred off the ship right before it set sail. He later said he had remembered to hand over the key. But even without the binoculars, the ship might have had some time to change course and avoid the collision if the crew had gotten some warning. But that's the thing. Someone did warn them. About an hour before the incident, a ship that was relatively close to Titanic, the SS California, sent a message to inform them it had stopped because of dense ice field. But the warning never got to the Titanic's captain. Some experts say it was because the radio operator didn't think it was that urgent. And later, the SS Californian said they didn't get a call for help from the Titanic because their radio operator was off-duty. Some say the crew on the Titanic couldn't spot the iceberg on time because of an optical illusion. Atmospheric conditions that night probably caused superrefraction, which could have camouflaged the bird. After all, no one actually saw the iceberg until it was too close to the ship to somehow avoid the crash. Not even a whole minute passed between the moment they saw the iceberg and the collision. It was only 37 seconds and it took Titanic two hours and 40 minutes to disappear below the ocean's waves. Über 50 Schiffe und 20 Flugzeuge sind hier seit Mitte des 19. Jahrhunderts verschwunden. Du findest diesen Ort nicht auf einer gewöhnlichen Karte, da er keine offizielle Region des Atlantiks darstellt. Es ist nur ein kleiner Bereich Wasser in Form eines Dreiecks südöstlich vor der US-amerikanischen Küste. Im 20. Jahrhundert wurde dieser Ort zur Legende. Manche Menschen glauben, dort würde ein Ungeheuer leben. Andere sind überzeugt, es gäbe dort ein Zeitportal. Schiffe geraten in einen heftigen Sturm und landen in der Vergangenheit oder Zukunft. Einer Theorie zufolge befindet sich die Stadt Atlantis direkt unter dem Bermuda-Dreieck. Ihre Technologien erzeugen Energiestöße und zerstören Schiffe. Sogar Flugzeuge können in dieser Region verschwinden. All das ging so weit, dass sobald etwas Seltsames im Ozean geschah, jeder dachte, dass es etwas mit dem Bermuda-Dreieck zu tun haben musste. Die Angst vor dem Dreieck wird durch Bücher und Filme geschürt. Regisseure, Autoren und Journalisten nehmen das Thema gerne auf. Doch ihre Arbeiten enthalten immer nur ein paar wenige richtige Aussagen. Die Wahrheit über diesen Ort kannst du selbst herausfinden. Aber zerstreuen wir zunächst die schwächsten Theorien. Ufos, Atlantis, Zeitreise, all diese Mythen entstanden Mitte des 20. Jahrhunderts. Vor dieser Zeit gab es keinerlei Aufzeichnungen über rätselhafte Phänomene. Man bemerkte lediglich, dass dort viele Schiffe sankten. Doch dann schrieb ein Autor ein Buch über die in den Gewässern des Dreiecks ruhende Stadt Atlantis. Der Autor lieferte keinerlei Beweise, aber er beschrieb seine Hypothese sehr überzeugend. Die Menschen lasen es und befanden das Buch für gut. Die menschliche Psyche erfährt gerne Geheimnisse. Wenn du etwas herausfindest, wovon sonst niemand weiß, fühlst du dich besonders. Und natürlich fängst du an, dieses Geheimnis zu glauben. Aus diesem Grund ist das Bermuda-Dreieck-Buch so berühmt geworden. Es spülte dem Autor viel Geld in die Kasse und andere Leute wollten an seinem Erfolg teilhaben. Es entstanden fantastische Geschichten über Zeitreise und Geheimbasen. Schließlich wurden Dokumentationen produziert. Doch jegliche Arbeiten zu der rätselhaften Natur des Dreiecks basieren auf keinen echten Fakten, sondern Theorien aus anderen Büchern. In diesem Chaos die Wahrheit zu finden, ist unmöglich. Manche Menschen erfahren halt gerne Geheimnisse, auch wenn sie reiner Schwindel sind. Wenn du wirklich willst, findest du aber die Wahrheit heraus. Nimm dir einfach einen Mythos vor und untersuche alle Quellen, die seine Wahrhaftigkeit untermauern. In den meisten Fällen wirst du nur unwissenschaftliche Bücher und Filme finden. Aber es gibt auch realistischere Theorien und die sind nicht weniger interessant. Einer Hypothese zufolge verschwinden die Schiffe aufgrund von Methan. In dieser Region gibt es Gaslagerstätten unter dem Meeresboden. Manchmal entweicht das Gas und steigt an die Oberfläche. Sobald Methan mit Wasser in Kontakt kommt, bildet es riesige Blasen, die das Wasser aufschäumen und große Wellen erzeugen, die Schiffe kentern lassen können. Diese Theorie ist ziemlich real. Dieses Phänomen gibt es tatsächlich, nur halt nicht im Bermuda-Dreieck. Keine der unzähligen Studien konnte erhöhte Konzentrationen des Gases in diesem Bereich nachweisen. Der letzte Austritt von Methan ist über 15.000 Jahre her. Eine weitere realistische Theorie handelt von Monsterwellen. Sie bilden sich ohne Sturm oder Wind. Die ruhige Wasseroberfläche türmt sich innerhalb von Sekunden zu einer Welle in der Höhe eines fünfstöckigen Gebäudes auf. Sie versenkt ein Schiff und verschwindet wieder. Das Meer ist wieder ruhig, als hätte es keine Welle gegeben. Manche Wissenschaftler glauben, das Phänomen entstünde, wenn eine Oberflächenmeeresströmung mit starkem Gegenwind kollidiert. Doch es gibt auch Fälle, bei denen kein Wind involviert war. Auch eine Kollision von warmen und kalten Strömungen wäre denkbar. Aber die aufregendste Theorie spricht von kinetischem Vampirismus. Unter bestimmten Bedingungen haben Wellen die Fähigkeit, kinetische Energie auszutauschen. Unter allen Wellen gibt es eine große, die Vampirwelle. Sie absorbiert die Energie aller anderen. Die Energie wird angestaut und entlädt sich schließlich. Das erklärt zumindest die Wucht und das plötzliche Auftreten solcher Wellen. All diese Theorien scheinen logisch, trotzdem haben Wissenschaftler dieses Phänomen bisher nicht umfassend klären können. Ja, Monsterwellen können Schiffe versenken, aber nicht nur im Bermuda-Dreieck. Sie treten selten auf, dafür aber in den Gewässern aller Weltmeere. Kommen wir also zur nächsten Theorie. Einige, die diese Gewässer kreuzten, berichteten von verrückt spielenden Navigationsgeräten. Kompasse und elektronische Geräte gaben den Geist auf, der Funkkontakt brach ab. Den Grund dafür finden wir, wenn wir das Dreieck vom Weltraum aus betrachten. Mit speziellen Sensoren und Geräten kann man sehen, dass das Erdmagnetfeld im Bereich des Bermuda-Dreiecks geschwächt ist. Dieses Feld schützt uns vor Solarstrahlung. Astronauten der ISS sagen, dass das Dreieck mehr Sonnenpartikel abbekommt als andere Teile des Planeten. Aus diesem Grund ist die Elektronik in dieser Region unzuverlässig. Doch solche Störungen betreffen keine Satelliten oder andere Objekte, die in der Erdatmosphäre schweben. Bereiche mit einem schwachen Magnetfeld gibt es überall auf der Erde und dort werden Navigationsgeräte so gut wie nie gestört. Das bedeutet, Schiffe und Flugzeuge funktionieren unter diesen Bedingungen einwandfrei. Allerdings versagt der Kompass im Bereich des Dreiecks. Könnten magnetische Anomalien die Navigationssysteme beeinträchtigen? Auch diese Theorie wurde schnell widerlegt. Wissenschaftler prüfen regelmäßig die magnetische Karte der Region und finden keine Abweichungen von der Norm. Der Grund für die Unzuverlässigkeit von Kompassen ist keine Anomalie. Das Bermuda-Dreieck gehört zu den wenigen Orten, an denen der wahre Nordpol und der magnetische Nordpol übereinstimmen. Der wahre Nordpol ist der geografische Pol. Der magnetische Nordpol bewegt sich permanent um den wahren Nordpol herum. Hin und wieder treffen die Pole aufeinander und erzeugen ein Phänomen namens agonische Linien. Befindest du dich auf einer solchen Linie, verhält sich dein Kompass seltsam und zeigt nichts zum wahren Nordpol. Darum verschwanden Anfang des 20. Jahrhunderts so viele Schiffe in dieser Region. Die Menschen verwendeten gewöhnliche Kompasse. Sie hatten keine modernen Navigationstechnologien. Die Vielfunktion des Kompasses konnte desaströse Folgen haben. Stell dir vor, du bist im Jahr 1901 Kapitän eines Schiffes. Dein Kompass weist dir den Weg. Du weißt, dass du immer nach Norden segeln musst, um das Festland zu erreichen. Du siehst auf den Kompass und bemerkst, dass seine Ausrichtung sich leicht geändert hat. Du musst also nachjustieren. Doch jetzt segelst du in die falsche Richtung, nur weißt du das noch nicht. Der falsche Weg führt dich in die Karibik. Dort gibt es unzählige winzige Inseln und das Wasser ist weniger tief. Dein Schiff läuft aufgrund, du steckst fest und hast keine Ahnung, wo du dich befindest. So verschwanden in dieser Region die Schiffe. Hättest du GPS gehabt, wärst du allerdings nicht vom Weg abgekommen und sicher angekommen. Übrigens kannst du heutzutage in diesem Bereich problemlos einen Kompass benutzen, da sich im Bereich des Bermuda-Dreiecks echter und magnetischer Nordpol nicht mehr überlagern. Im Moment befindet sich die agonische Linie woanders. Trotzdem verschwinden hier immer noch Schiffe. Und nun kommen wir zu der am wenigsten erwarteten Lösung für das Bermuda-Dreieck-Problem. Ja, hin und wieder verschwinden hier Schiffe. Der Grund dafür? Wasser, Ozean, Natur, nenne es wie du willst. Leider sinken überall auf der Welt Schiffe. Man muss nicht nur das Dreieck fürchten. Es gibt Bereiche im Atlantischen Ozean, in denen weitaus mehr Schiffe verschwinden. Das Bermuda-Dreieck ist nicht mal in den Top Ten. Aber warum hören wir nichts darüber? Ganz einfach, weil die Märchen nun mal über diesen bestimmten Ort geschrieben wurden. Eine der meist befahrenen Schiffsrouten des Atlantikkreuz das Bermuda-Dreieck. Und weißt du, wo statistisch gesehen die meisten Schiffsunglücke geschehen? Dort, wo viele Schiffe unterwegs sind. Also in genau dieser Region. Die einzig wahre Aussage über das Bermuda-Dreieck ist, dass es dort häufig stürmt. Doch schlechtes Wetter und hoher Wellengang versenken nicht zwangsweise Schiffe. Im Bereich des Dreiecks bilden sich auch viele Hurrikane. In der Region herrscht ein hoher atmosphärischer Druck. Dieser Druck lenkt Gewitterwolken in Richtung des Dreiecks. Flugzeuge beschädigen, aber das ist nichts einzigartiges. Wir können also nicht dem Dreieck die Schuld für alles geben. Es ist ein wunderschöner und malerischer Ort, der viele Touristen anzieht. Es gibt wohl kaum eine Person, die noch nicht von einer Biene gestochen wurde. Definitiv kein angenehmes Gefühl. Doch Bienen sind eigentlich gar nicht aggressiv. Womöglich hast du sie nur erschreckt. Diese Insekten sind für die Bestäubung super wichtig. Ihre Existenz ist einer der Hauptgründe, warum unsere Pflanzen wachsen. Bienen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Wenn du gestochen wirst, heißt das, dass du ihnen vermutlich zu nahe gekommen bist. Oder viel wahrscheinlicher ihrem Bienenstock zu nahe gekommen bist. Jeder Stock umfasst zwischen 50.000 und 80.000 Honigbienen. Genauso wie wir Menschen tun Bienen alles, um ihr Zuhause zu beschützen. Doch anstelle von Sicherheits- oder Alarmsystemen nutzen sie eben ihren Stachel, um Feinde zu verscheuchen. Wenn Honigbienen zustechen, setzen sie Pheromone frei. Pheromone sind chemische Substanzen, die das Verhalten eines Tiers derselben Spezies beeinflussen. Wenn eine Biene also zum Angriff übergeht, wühlen ihre Pheromone sehr wahrscheinlich auch alle umliegenden Bienen auf. Und dann machen alle mit. Und das willst du nicht. Hier ist ein Funfact. Nur weibliche Bienen können stechen. Größere männliche Drohnenbienen haben nicht mal einen Stachel. Das liegt daran, dass der Stachel eigentlich ein modifizierter Eierlegerapparat ist. Bienenköniginnen haben auch Stacheln. Und die sind größer als eine normale Arbeiterbiene. Die Königin kommt auf eine Länge von ca. 2,5 Zentimetern. Das macht sie immerhin doppelt so groß wie eine Arbeiterbiene. Wegen ihrer Größe denken die meisten von uns, dass ihr Stachel am meisten wehtun muss. Aber ist das wirklich so? Zu allererst stechen Bienenköniginnen kaum zu, weil sie ihrem Job im Bienenstock nachgehen. Sie ist die wichtigste Biene der Kolonie, weil sie das einzige Weibchen ist, Geruch, die die restlichen Bienen zu einer regelrechten Arbeitsgemeinschaft vereint. Und Nummer zwei, sie legt eine Menge Eier, bis zu 2000 am Tag. Die Königin ist von Arbeiterbienen nur so umgeben, die ihr steht, zur Seite stehen oder fliegen. Sie ernähren sie. Die Dienerinnen sammeln und verteilen außerdem die Pheromone der Königin, was die Arbeiterinnen davon abhält, eine neue Königin zu suchen. Doch abgesehen davon, dass sie die Oberhäuptin des Bienenstocks und viel größer als alle anderen Bienen ist, ist ihr Stich nicht wirklich schmerzvoll. Das liegt daran, dass gewöhnliche Bienen einen Stachel mit Widerhaken besitzen. Wenn sie dich angreifen, bleibt der Stachel in deiner Haut stecken und er lässt sich nur schwer rausziehen. Der Stachel enthält zudem fieses Gift, das für die nächsten 10 Minuten hört der Stachel nicht auf Gift in deinen Körper zu pumpen, es sei denn, du ziehst ihn raus. Doch im Gegensatz zu den Arbeiterinnen verlassen Bienenköniginnen ihren Stock nur selten. Sie muss nur Eier legen und der Rest der Bienen verteidigt den Stock und die Königin. Und genau deshalb haben die Arbeiterbienen auch den fiesesten Stachel. So können sie potenzielle Gefahren eliminieren. Wenn sich eine Bienenkönigin überhaupt verteidigen muss, dann gegen eine Rivalin. Aber aus diesem Grund hat sie es gar nicht nötig, sich einen fiesen Stachel wachsen zu lassen. Ihr Stachel ist viel geschmeidiger. Seine Widerhaken verzahnen sich nicht in deiner Haut. Immerhin. Aber auch wenn das super klingt, es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Weil ihr Stachel so geschmeidig ist, kann sie dich mehrmals stechen. Ein Stachel ist mit dem Verdauungstrakt, den Nerven und Muskeln einer Biene verbunden. Alles lebensnotwendige Organe. Wenn Arbeiter Bienen zustechen, können sie ihren Stachel wegen der Widerhaken nicht mehr rausziehen. Und wenn sie sich freistrampeln, endet das meist nicht sehr gut. Doch der Stachel der Königin verhakt sich nicht. Deshalb kaum vorkommt. Welche ist also die denkbar schlechteste Körperstelle, an der man gestochen werden kann? Ein Mann namens Michael Smith wollte das herausfinden. Er wurde an 25 verschiedenen Stellen gestochen und hat jeden Stich auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bewertet. Sein Ergebnis die sensibelste Stelle waren die Nasenlöcher. Eine 9 von 10, dicht gefolgt von der Oberlippe mit einer 8,7. Die 3 schmerzfreisten Körperstellen waren der Schädel, der mittlere Zeh und der Oberarm. Die haben allesamt eine 2,3 bekommen. Aber zurück zur Queen. Wie bekommt man eigentlich ihren Titel? Sie wird so gut wie nie vom Thron gestoßen, weil sie ganze 5 Jahre lang lebt. Zum Vergleich, eine Arbeiterin, die im Sommer geboren wird, überlebt nur ungefähr 6 Wochen. Doch wenn die Königin verstirbt oder in einen anderen Bienenstock umsiedelt, muss die Kolonie eine neue finden. Dazu benötigt sie etwas, das man königliches Gelee nennt. Pflegebienen produzieren das Gelee in ihrem Kopf und füttern damit neu geschlüpfte Bienenlarven. Das ist nichts anderes als ein Super Fraß voller Vitamin B, Proteine, Hormone und Zucker. Nachdem die Babybienen drei Tage durchgefüttert wurden, werden von den Arbeiterinnen einige wenige Larven ausgewählt, die sich weiterhin am Gelee laden können. Die anderen bekommen eine nährstoffärmere Diät. Das königliche Gelee setzt weitere Entwicklungsstufen der Zöglinge in Gang. Und die wichtigste ist die Herausbildung von Organen fürs Eierlegen. Wir Menschen verstehen allerdings noch immer nicht, wie das eigentlich genau funktioniert. Einige behaupten, dass es nicht nur das Gelee sei, dass eine Biene zu einer geborenen Königin macht. Vielmehr glaubt man, es sei die Ausklammerung einiger pflanzenbasierter Chemikalien aus der Diät der Königin. Aber auch wenn wir nicht zu 100% sicher sind, wie diese besonderen Bienen heranwachsen, wissen wir, dass es am Ende nur eine Königin geben kann. Wenn die erste Königin schlüpft, sucht sie nach anderen Bienen, die mit demselben Gelee gefüttert wurden. Und dann löscht sie ihre Konkurrenz aus. Wenn mehrere Königinnen gleichzeitig schlüpfen, schnappt dir dein Popcorn. Die bekriegen sich dann nämlich in einem Kampf um Leben und Tod, bis eine übrig bleibt. Und so kriegen die Bienen ihre Königin. Doch die anderen Bienen im Stock haben auch wichtige Aufgaben. Zum Beispiel nach Nahrung zu suchen, sich um Larven zu kümmern oder eine Honigwabe zu bauen. Drohnen oder männliche Bienen haben nur einen Job. Sie paaren sich mit der Königin. Und wenn sie das nicht tun, schlagen sie ihren Bauch mit den Honigreserven voll und hängen einfach nur rum. Weibliche Bienen oder Arbeiterinnen machen den Rest. Sie halten den Stock sauber, kümmern sich um die Larven, dienen der Königin lagern Honig, bauen Waben, suchen Nahrung, bewachen den Stock, bestäuben Blumen und füttern sogar die Männchen. Jede Biene weiß genau, was sie tun muss. Das liegt an ihren speziellen Hormonen, die Teile ihrer genetischen Zusammensetzung triggern und ihnen sagen, was wann getan werden muss. In ihrer Lebensspanne haben die Bienen vier Berufsphasen. Phase 1 beginnt schon drei Wochen, nachdem sie geboren wurden. Sie reinigen ihre Zellen, aus denen sie geschlüpft sind. Drei Tage später kommt Phase 2. Hier sind sie damit beschäftigt, andere Bienen zu füttern. Das dauert ungefähr eine Woche. Danach kommt Phase 3. Sie entfernen sich immer weiter vom Bienenstock und entpuppen sich allmählich als praktische Helferinnen. Sie bauen Honigwaben und bewachen den Eingang des Stocks. Und zwar ebenfalls für eine Woche und die letzte Phase beinhaltet die Nahrungssuche. Und die zählt zu den gefährlichsten Dingen für unsere gestreiften Freundinnen. Denn nun verlassen sie aktiv ihr Nest, suchen nach Pollen, bringen sie nach Hause und füttern ihre Kolonie. Darüber hinaus hinterlassen sie einen stinkenden Fußabdruck auf den Blumen, während sie Pollen aufsammeln. Auf diese Weise finden sie heraus, ob ihre eigene Spur verfolgen. Unfassbar! Doch diese Phase hält nicht lange an, nur ungefähr zehn Tage. Denn das macht die Bienen müde. Nach einem so kurzen anstrengenden Arbeitsleben verlassen die Arbeiterbienen dann ihren Stock und kehren nie wieder zurück. Im Falle, dass eine Biene im Bienenstock verstirbt, gibt es sogar Totengräber Bienen, die sie raustragen. Aber auch wenn so ein Bienenleben viel zu kurz erscheint, scheint es sich für die Spezies zu bewähren. Denn schließlich gibt es Bienen schon seit über 130 Millionen Jahren und hoffentlich noch viel länger.